So, hallo und herzlich willkommen zu euch zu Autowerkstift im Jahr 2015 Wir machen gleich mal weiter Nehmen wir mal das Hoffe geht euch gut Hm, haben wir irgendwas hier drinnen? Nein, ok So, was heißt du? Zahnstange Ok Und du hattest Spurstangenkopf War das jetzt von unten oder? Ja Mhm Es war noch nie Ok Und du fernst, oh hoh Oh Ja Ja Die da haben und schon bauen wir ihn zusammen 3 8 ja 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 Ich hoffe ihr geht euch gut an diesen wunderschönen Weitagvormittag Wo ich aufnehme So wurde Zahnstange Ja, das Teil in der Mitte Nein So, jetzt haben wir schon mal da das So lang Die Zahnstange will ich Mann, wo wird das einbauen, Junge? Die Zahnstange Ich hoffe die Musik ist nicht zu laut, dann muss er mir das sagen. So, und jetzt ist der schätze ich mal auch fertig. Guck mal, wo ist die Zahnstange? Ich habe die Zahnstange. Jetzt! So, jetzt gucken wir mal was der hat. Das ABS-Tech kann man gleich machen. ABS-Pumpe. So, das können wir gleich mal einbauen, oder? Hm, der linke ist frei, also, nicht auf dem rechten, nicht auf dem linken. Okay, machen wir hier gleich weiter, und dann den anderen. Das können wir noch hier backen. Das können wir noch absolut hier backen, Leute. Alle weder. So, ABS-Pumpe haben wir schon mal. Ich brauche nicht meine Zeit hören. So, Bremsseitel, Bremsseitel, Bremsbeläge. Mal gucken. Ah, hier sehe ich doch schon mal was. Ab. Ab die Lützi. Bremsseitel, 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 Bremsseitel. Da kann man gleich mal... Waren müssen Bremsse-Bremsseitel einmal so... Bremsseitel steht zweimal da... Okay. Gucken wir mal da drüben. Bremssattel oder dann hinten. Das ist ja nicht so schlimm. Hm. Okay. Ah, jetzt habe ich hier 100 darin gebaut. Da muss das hinten sein. Ah, da haben wir schon mal. Da. 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 So. Da. 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 Jetzt wird das noch schnell zusammengebaut. Fertig. Und dann geht's ab. So. Hopp. runter mit der Kiste. Und dann fangen wir noch an jetzt. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. So. Ach Mensch. Mann, das ist so viel Käse hier. Da. Mit der Fehler. Hoch mit dir. Gucken wir mal. Ob wir es noch hin kriegen. Ob wir es noch hin kriegen. Hinten, hinten, hinten. 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 Da hinten. Hinten. Hinterräufheder. Das noch mal abbauen. Querlenker. Dich geh mal nicht raus. Warum geh mal nicht raus? soo, jetzt ziehen wir die raus so, brauchen wir hier noch irgendwas jetzt brauchen wir die hintere Feder und die hintere Querlenker Fahrwerk jetzt gibt es hier jetzt sieht es gleich wie das heißt wir wollen hier jetzt sind wir hier jetzt hier Das war's für heute. Das war's für heute. So Jungs und Mädels, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und tschüss.